Mein Name ist Christian Bögi, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Texmo Mobile Solution GmbH aus Böblingen. Wir sind Anbieter von industrie-tauglichen Tablet-PCs und wir haben ein Vertriebsnetzwerk in ganz Europa. Auf der Intergeo zeigen wir Tablet-PCs, die einerseits industrie-tauglich sind, alle möglichen Funktionen, die sie von industrie-tauglichen Tablet-PCs gewohnt sind, integriert haben, aber zusätzlich noch eine hochgenaue GNSS-Funktionalität. Die Zielgruppe ist unterschiedlich. Es geht vom reinen Vermesser, der einfach nur auf dem Feld seine Vermessungspunkte sucht, über Firmen, die Kartierungsdaten sammeln bzw. updaten, bis hin zum Handwerker, der Häuser, Flächen und andere Maße abnehmen muss, um seine Berechnung durchzuführen. Einzigartig an unserem Tablet-PC ist einerseits, dass es ein kompletter Windows-PC ist, das heißt, Sie können Ihre vorhandene Windows-Software benutzen, andererseits, dass wir Koordinaten eines entfernten Punktes aufnehmen können. Das heißt, Sie müssen nicht dort sein, wo Sie die Koordinaten aufnehmen, sondern Sie können auf einen Knopf drücken und von einem entfernten Punkt die Daten übernehmen. Das heißt, Sie müssen nicht dort sein, wo Sie die Koordinaten aufnehmen können. Das heißt, Sie müssen nicht dort sein, wo Sie die Koordinaten aufnehmen können. Das heißt, Sie müssen vor allem Vierer sein, wo Sie die Koordinaten aufnehmen können. Untertitelung des ZDF, 2020